So, weiter geht's nach der kurzen Pause. Also eigentlich alles im grünen Bereich und ich hoffe, dass wir jetzt weiter keine Probleme haben für die nächste halbe Stunde. Also dann weiter geht's. We're gonna have those guys neighbors, too. Okay. Oi. Ja, die Einfluss, dass man so viel Einfluss hat, ist schon deswegen interessant. Ah, es ist merkwürdig, dass das Spiel noch so ein bisschen... Da sollte ich doch ein bisschen die Einstellung ändern. Mal ganz kurz noch mal anhalten. Das ist doch ein bisschen... ...die Grafik verändern, also die Texturen mal... ...doch mal alles runtersetzen. Gut, dass das Spiel jetzt nicht abgekackt ist. Vorhin hatte ich nämlich auch... ...1287 Einstellungen gemacht habe. Sieht aber nicht aus, ob es was geändert hat. Hey, Sean, ich werde nach Hause gehen. Meine Mutter wird in der Nähe. Das ist gut, Mann. Ich werde dich morgen Abend sehen. Es war schön, dass du beide kennengelernt hast. Vielen Dank. Ja, das hat er. Ist jetzt doch ein bisschen nervtötend. Oh Mann, dass ich jetzt nach Bein sagt hab könnte, natürlich schon. Das haben wir jetzt. Okay, dann. Oh Mann. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Ja, das ist nicht so gut. Ich kann dir helfen. Sean, run auf in und check auf deine Schwester. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Car accident. That so. Where were you headed before the car accident? Just, uh, out for a drive. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who were you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. We're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we, uh, find our parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said, okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? I probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow? Which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Alright then. It's left to dump flussie girl. It smells like... Shit. I'm sorry. I shouldn't talk like that. That was a swear. I missed my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. I love you, Mary. Hey, get up. Let's just look at the settings. Because, um... Actually, I don't have anything. Okay, I could also look at the shadow quality. Let's look at it. I have to try it now. I'll try it now. What a bit. Itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, uh, not her dad. They've been asleep. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Dodging or quacking? Quacking. Dad! See? The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, we'll tag along. It's a plan that... Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the board. We can visit. Too much kiffed? Cool. So, we can walk a little bit a bit. That's of course, of course, nice. Und jetzt mal. Och, aber das ist jetzt dann doch... ...gan schön nervtült, muss ich sagen. Ihr merkt's selber. Ich weiß leider nicht, ob es daran an Fraps liegt. Ja. Do you, uh, think this thing will keep about? Hm. Habt ihr noch einen Hund? Es ist nicht so, wie in den Filmen. Sie fallen nicht so, wie du denkst. Hast du das gemacht? Was? Kill. Habt ihr noch einen? Oh. Ich musste einen filmen. Ich könnte einen filmen. Vielleicht. Auch wenn es weit entfernt ist. Ich bin froh, dass wir diese Fence gebaut haben. Ich bin froh, dass die Familie sicher ist. Und denkt, dass die Leute in eine größere Gefahr ist. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie ist deine Familie? Ich bin nicht zu nahe mit meiner Familie. Oh. Sie waren nicht in Atlanta, oder? Das ist gut. Das ist wahrscheinlich alles, was ich für heute brauchen. Danke. Ihr merkt, ich bin ziemlich ruhig, weil ich nicht konzentriert sein muss hier. Wohooo. Ich bin nicht in Italien. Die Familie hat sich an den USA zu machen. Ich bin gut. Wohooo. Ich bin nicht in Italien. Wohooo. Wie geht es dir? Ich bin gut. Wohooo. Jetzt schreibt man Traktor mit. Ich fuhren mit ihm. Okay, dann gehen wir mal wieder rein. So ein bisschen. Also ich hoffe, wenn ich das meine Rechten halte. Ich hoffe, dass mein Rechner hier gerade schon an seine Kapazitätengrenze kommt. So, dann können die rumlaufen. Und ist jetzt also hier. Unnötig, scheint nichts weiter zu sein. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt entweder da nochmal reingehen. Oder wir gehen jetzt natürlich erstmal hier hin. Zu ihm. Hey there, Kenny. Wie ist dein Kind? Gut, ich denke. Katja hat eine Freundin in Memphis. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Wir sind in einer Gäste. Und ein Mann hat mein Junge. Ich dachte, dass er ihn schützt. Ich bin auf den Schein. Ich bin auf den Schein in zwei Sekunden. Und... Christ. Ich bin nur Glück, dass ich da war. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Wir müssen jetzt zu ihm da eine Scheune gehen. Wir sehen. Wir sehen.